Ein kleines Eishockey-Bärchen. Nochmal Schuss und Tor! Ausgleich! Kanal 1-10 Nationalmannschaft. Kiel! Spiel! Hier bist du beklappt! Die Sportart zu verwechseln ist meist eher hinderlich. Die Kombi aus Eishockey und Baseball kann aber durchaus auch mal klappen. Hier, wir achten nochmal drauf. Jetzt! Wie beim Home Run! Und die Scheibe ist im Tor! Oder nicht? Sie ist drin! Das ist das Ding gegen Kuhn, ne? Ja. Das war das Slapstick-Tor, wo der Jerry Kuhn nicht aufgepasst hat. Na ja, kann man jetzt so oder so sehen, ne? Mit dem Brad Olsen habe ich in Ingolstadt gespielt. Und ja, sehr verrückt. Also ich würde sagen, Home Run. Mal kurz vielleicht... Mal zwei Sekunden nicht geguckt. Aber man muss auch sagen, das ist die Chance. Die Chance, dass der das Ding so aus der Luft da reinhaut. Das kannst du noch tausendmal probieren und das klappt wahrscheinlich nicht mehr. Was hat ihr denn auch so getroffen und reingemacht? Weil ich dann aus dem eigenen Drittel in die Zuschauer in zwei Minuten bekomme, ja. Muss man jetzt wieder dazu sagen, da müssen wir halt einfach wach sein, gell? Sein Torwart ist vielleicht so. Aber passiert dem Besten, sag ich mal. Also, dass man den wirklich erstmal so trifft und dann aber, dass der noch den Toyota überrascht und reingeht. Aber das ist schon ein sehr, sehr besonderes Tor, was, glaube ich, jedem, vor allem dem Olsen, glaube ich, im Gedächtnis bleibt und auch im Kuhn. Cool, that's it. Das war's schon. Das war's schon, ja. Das ist doch schade. Ja. In den Playoffs ist die Action nicht immer nach Plan vorbei. München gegen Augsburg. Die längste Serie der DEL-Geschichte. Der Mitte ist Vox mit dabei. Kaffner auf Vox. Kaffner auf Vox. Kaffner auf Vox. Das sind lange Haare. Das war Game 1. Semi-Finals gegen München. Ich glaube, Vox hat den Winner gewonnen. Das war... Das gelingt von deinen Haaren. Das war eine richtig schöne lange Haare. Die Szene kenne ich, da war ich, glaube ich, sogar aufgestellt. Es war eine sehr intensive Serie, auf jeden Fall. Das war so witzig eigentlich, dass der Stadionsprächer dann gesagt hat, die Zuschauer. Das war eins der brutalsten Spiele, die Game 1 gemacht hat. So witzig eigentlich, dass der Stadionsprächer dann gesagt hat, die Zuschauer dann gesagt hat, sie sollen bitte ihre Autos von der BMW-Welt abholen, weil sie sonst danach nochmal rauskommen. Also so spät haben wir da gespielt. Und das ging relativ oft auch in die Overtime. Auch relativ lange. Ich glaube, es war in München nochmal ein zweites Mal Overtime, die relativ lang ging. Wahnsinnsstimmung, also weil es einfach auch ein Derby war. Sowas spielt man sehr, sehr gerne. Dafür spielen wir alle. Es ist ein Derby. Wir waren einfach nur froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten, weil, wie gesagt, jedes Spiel war auf Messerschneide. Und Augsburg hat uns da fast den Zahn gezogen und es hat richtig viel an gekostet. Es war etwas, das ich nicht vergessen werde. Und ich war gar nicht ein Teil davon. Play-Off-Drama. Der ganz normale Eishockey-Wahnsinn. Wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Tor! Spiel für uns! Ja, das unterscheidet mich ja von anderen. Werfe Westmeister! Ein Sensationstor!